Hi Leute, heute mache ich mal ein neues Video für euch und zwar was ganz anderes. Heute geht es um, ja wie ihr schon erkennt, um meine Ratte Alfie. Die konntet ihr auch schon sehen in meiner Review zu Daylight. Und heute mache ich einfach mal ein Video von den beiden, denn meine Ratte lebt zusammen mit einer Maus. Hier ist einmal Alfie. Sie wird jetzt dieses Jahr zwei Jahre alt im Oktober und ist wirklich super zahm. Wie ihr sehen könnt, sie kommt sofort, ist wirklich süß. Und da hinten haben wir Snowball. Das ist eine kleine weiße Maus, die lebt zusammen mit ihr. Also wir verstehen sich total super. Was viele vielleicht nicht gedacht haben, aber sie sind wirklich ein gutes Team. Da seht ihr sie noch mal ganz nah. Und ja, dass ihr einmal seht. Deswegen wollte ich eigentlich euch auch noch mal fragen, was habt ihr eigentlich für Haustiere. Könnt ihr mir ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Und ich bin gespannt, was ihr zu Hause so habt. Vielleicht auch was ganz Exotisches. Und ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mal wieder was Neues. Ihr kennt mich ja. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Und Alfie sagt auch Tschüss. Also bis dann.